In die Fresse, du hast dich hier missgebohrt. So, und jetzt geht's ab hier. Zack. Ich hau jeden in die Fresse, der jetzt nur wagt, mich anzupacken. Das könnt ihr aber glauben. Oh, oh. Du... Dreckige... Mach dich Blatt, Junge, mach dich Blatt. Boah, Kinga, Kinga. Oh, super Kombo, super Kombo. Super Kombo. Komm, der keine Chance gegen mich hat. Bam, Junge. 1 zu 0 für den King. Round 2. Fight. Oh, jetzt kassier ich aber. Oh, 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 oh. Jetzt kassier ich aber. Oh, 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 oh. Entschuldigung, er hatte gerade den Kocke im Mund. Ultra-Kombo. Ultra-Kombo. Alter, jetzt kämpfe ich gegen den Polizisten. Tschüss. Tschüss. Hilfe, Hilfe, Polizist. Waffen Sie mich nicht, ich habe da gar nichts getan hier. Burn, 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 burn. Und mich in vorne vorne schubsen. Ja, man. Boah, guck mal, ich dresch den zusammen. Es regiert gar nicht immer. Was ist denn das hier für eine Scheiße? Ich drücke, da passiert gar nichts. Ach so, ich habe eine Ausdauerleiste. Ja. Ja, gut, okay. Competitive-Spiel, wa? Scheiße, der Polizist boxt mich hier noch tot. Nein, verdammte Scheiße. Legen Sie mir bitte keine Handschellen an. Ich ergebe mich freiwillig. Ja, da machst du nix, hä? Du Noob. Alter, der ist gut. Der Polizist, ich komme nicht gegen den an. Das muss an seiner Uniform liegen. Alter, guck mal, was der für Dritte macht, Alter. Wie so eine Lusche, Alter. Okay, ich muss jetzt richtig competitive spielen. Bam, Junge, bam. Bam, hab dich geblockt. Oh, jetzt habe ich den aber ein paar Hits gegeben, doch, habt ihr gesehen? Immer schön in die Fresse rein. Da haben wir, du blutes auf deiner Fresse, macht mal was. Geh mal aufs Ganze und trete immer. Die zweite Runde geht an mich. Ha, ha, ha. You win. Round 3, fight. L. Immer schön in die Ecke drängen. Alter, wie sieht der auch aus, Leute? Den kann man doch gar nicht ernst nehmen, den Typen. Da krieg ich so viele Schläge von mir in die Fresse. Okay. Oh, nein. Junge. Alter. Das für ein Schnusel. Truck Driver. Das sieht aus wie so ein französischer Baguette-Träger. Die Scheiße. Ey, die, die, guck mal, man, da sieht einiger, ja, man sieht da total cool aus, ja, im Gegensatz zu den anderen, da kommt wieder rumläuft, Alter, das sieht so scheiße aus. Das sieht einfach so kacke aus. Man, da ist total cool, so ein Muskelshirt und fetten Muskeln und ich hab da irgendwie so einen übelsten Lauch, so, die sehen so ein bisschen aus wie ich, ja, im Vergleich, äh, vor mir. Das kann ja, das kann ja nichts werden. Okay, das gefällt mir schon besser. Das gefällt mir schon besser. Das ist ein Kampf meines, meiner Würde im Park bei Nacht und Nebel. Öh, was klaust du meine Pfandflaschen hier? Das sind meine. Ich hab mir hart zusammen gespart. Und da kaufe ich mir ein schönes Adelskrone, Adelspilzkrone Bier. Was auch immer. Pennerbier halt. Sir, ich habe Ihnen nix getan. Ich wollte hier nur ein bisschen das Wetter genießen. Erzähl das mal deiner Omse. Ich fick die Schei auseinander hier. Wenn hier jemand gefickt wird, dann sind sie es wohl. Bam, Junge, bam. Kaufe dir lieber mal Haare. Und gegen die Glatze. 1a. So muss das sein. Oh, jetzt gibt's einen Weiberkampf. Ich sehe ein bisschen aus wie... Wie heißt der Typ nochmal? Wladimir Klitschko oder so? Vitalin? Ne, Vitalin, nicht Wladimir. Vitali hat ja immer nur Ferrero Werbung gemacht. Was hat die denn für die Stimme? So ein richtiger Anime-Pornhändler ist der Alter. Scheiße. Die alte geht männlicher Rahmen als ich. Immer schön gegen die Titten. Das ist auch so eine Straßennutte. Ja, die sieht aus wie so eine Straßennutte. Und hat einfach mal... Wahrscheinlich wurde irgendwie so eine Hinterstimme eingeführt. Fügt irgendeine... Ich sehe ich schön jetzt der Anime-Stimme und passt überhaupt nicht zu der... Zu der Ollen. Also Leute, der Entscheidungskampf gegen... Wer bist du? Ne, Inspektor! Was machst du hier an der vollgesifften Bushaltstelle? Okay. Also. Ich packe euch den Download-Link mal zu meiner Website verlinkt. In der Beschreibung zu diesem Game könnt ihr euch dann in der Download-Sektion herunterladen, wenn ihr das wollt. Und dann könnt ihr mal gucken... Könnt ihr mir mal erzählen, wer denn in... Weiß ich nicht... Kampf 5 oder 6 geht. Ich weiß noch nicht, wie viele Kämpfe es noch gibt in dem Game. Ich mach jetzt gerade mal nur bis zum Inspektor. Ihr dürft gerne weiterspielen. Wie gesagt. Völlkommen kostenloses Game. Wenn ihr da Bock drauf habt. Ich zahre jetzt noch mal den Inspektor. Bam, 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 bam. Man mischt sich nicht in andere Angelegenheiten, du Post. Du... Ich weiß nicht, was du bist. Du Briefkasten. Bis dann, Leute. Bis dann, Leute.